Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was werden wir denn heute machen? Elektriken. Okay, das hört sich mal schon gut an. Wir besitzen ja beide Kronen und dann sind wir Gegner. Den sind wir gerade entwischt. Wir hoffen natürlich, dass sie uns jetzt nicht sehen und sie nachher besiegen können. Die machen wir uns. Schauen wir mal in die Richtung. Da hinten sind auch welche. Die haben sie jetzt aufgezeigt. Das sind doch 8 Gegner. Wenn sie in einen Busch hocken, dann schießt du sie mit den MHMH ab. Aber wir müssen, ist es auch noch schnell kommt. Wir wissen sie einfach gar nicht. Sie kommen zu uns. Das. Aber nicht wegen uns. Wir lassen sie einfach in Frieden. Nein. Sie sollen gut gegnert werden. Soll ich doch verschießen? Nein. Kann ich nicht vorbeigelaufen? Nein. Passt auch nicht. Halt. Er geht's. Einen haben wir. Einen Anschluss im Busch. Ja stimmt. Ne. Nein. Die sind draußen. Eigentlich. Werden wir auch nicht. Aufpassen. Jetzt kann es vielleicht gefährlich werden. Wenn ich noch drüben bin. Der einzige Empol. Aufpassen. Aufpassen. Ich bin wegzukommen. Das ist so. Wir nennen diesen Skins. Ja. Da sind die Y. Soll ich Kamiya machen? Ja. Und? Und? Da sind die Y. Da sind die Y. Da sind die Y. Da sind die Y. Okay. Paul werfen. Einen haben wir hier. Mach mal ein Kamiami. Haftaus. Wow. Was ist? Jochen. Kannst du noch eins machen? Kannst du noch eins machen? Ja. Wann ist das auch so? Aufpassen. Ihr Money. Ich hab noch mal KMHs, zwei Stück Ich hab noch mal KMHs, zwei Stück Ich hab's hochgekommen Ich muss hier oben Ich hab ihn mit seinem Base umgegangen Aufheben bekommen Aufheben ist er vorbei Ich hab ihn mit dem Kohlen Ich hab ihn mit dem Bis könnte er sein, wenn der Ich hab ihn mit dem Ich hab ihn mit dem Ich hab ihn mit dem Soso wird ganz unten. Du weißt. Heilt sich. Das geht nicht mehr durch. Du bist tot! Und damit ein Sieg. Und für dich auch. Danke bei der 26. Ikone. Und das war für das Video. Bye, bye.